Unverhofft kommt er oft. Hier habe ich mal auf einer Wanderung eine Tomalin-Ader entdeckt. Oder wie man das so bezeichnen kann. Jedenfalls einen Granit mit sehr viel Tomalin drin. Geht auch hier hinten weiter. Geht hier drin, sieht man schon. Hier geht es auch weiter. Ich hoffe das wird ein bisschen mehr. Es wird definitiv mehr. Da liegen noch mehr Pocken rum. Sogar nicht mal schlechte Stückchen. Wie man da sieht. Genauso da hier. Das wird noch weitaus mehr Pocken runter gefallen. Aber hallo erstmal zu einer Tour, die so eigentlich überhaupt gar nicht geplant war. Ich wollte im Prinzip nur mal ein paar alte Fundstellen wieder ablaufen. Hier geht es dann richtig rein. Sieht man schon was hier alles dran hängt. Ich glaube da werde ich schon mal Hammer und Meißel ansetzen. Dann gehe ich mal schön rein hier. Ich hoffe das sieht man gut. Da liegen auch noch mehr Pocken überall rum. Hier hängen große Pocken dran. Und dann muss auch noch ein bisschen hier drin. Ui, cool. Moment. Den hat vielleicht jemand liegen gelassen. Der ist doch gar nicht schlecht. Jetzt nicht so mit ganz großen Strahlen. Aber an für sich. Schöne Stückchen. Zuvor hatte ich allerdings auch schon einige Tourmalinbrocken wie den hier auf dem Feld gefunden. Beziehungsweise auf einem Feldweg. Die Tourmalinbrocken sind jedenfalls dort auf dem riesengroßen Gebiet quer verteilt. Liegen auf dem Weg rum. Dort sieht man sie am besten. Liegen auf dem Feld rum. Allerdings mit dem Nachteil. Die sind alle schon ganz schön lädiert. Bzw. abgerundet. Auf dem Feld ist auch jetzt nicht so viel zu finden. Weil das wird nicht beackert. Das ist reine Viehwirtschaft. Ja. Da muss man sehen was man da rausholt. Einen Brocken konnte ich schon mitnehmen. Das sah recht gut aus. Das habe ich schon auch gereinigt. So sieht die klassische Ausräumung einer Ader aus. Bis ganz hoch wurde hier rausgearbeitet. Man sieht teilweise manchmal noch die Hammerstellen. Ja. Hier ist definitiv nichts mehr drin. Nicht eine Spur. Dort oben ist noch ein Bruchteil von dem Gang zu sehen. Aber nur hauchdünn. Wirklich. Hier haben wir auch noch. Einen Quarzgang offenbar. Auf Wald was bringt weiß ich nicht. Ich habe ein paar Schläge heransetzen. Und wir sehen was das für ein Material ist. Das zeigt jetzt leider keinerlei Neigung zu einer Kristallisation. Auch weiter oben. Da konnte ich jetzt nichts entdecken. Dass da irgendwelche Kristalle ausgebildet werden. Also wie man so schön sagt. Taube Nuss. Da ist das dann doch hier schon viel interessanter. Eine richtig mit Kristallen überzogene Wand hier. Seht das? Die ganz kleinen Kristalle. Jetzt sieht man es besser. Die ganze Wand ist davon voll. Teilweise noch abgedeckt. Vielleicht letztes Stück abmachen davon. Hier geht es weiter. Ein Hauch feiner Kristallrasen. Von so 1 bis 2 Millimeter hohen Kristallen. Sieben auch selten. Ich habe euch die Wand ja früher schon mal gezeigt. In einem anderen Video. Aber heute versuche ich mal hier ein kleines Stück davon zu gewinnen. Aber wie ich mir schon was dachte. Diese Schicht ist so hauchdünn, dass es sofort zerbricht. In viele kleine Stückchen. Sieht man schon. Ist es ganz dünn. Aber wenn man hier reingeht. Ganz dünne Schicht. Hier oben sieht man es noch etwas besser. Ja. Die misst wirklich nur 2-3 Millimeter. Die Schicht hier. Hier an diesem Punkt. Tief ist die jetzt nicht. Wenn man die abmacht. Und wenn man die abmacht. Deswegen ist die auch schon so richtig überall. Zerbrüche ich sofort. Ja. Da sieht man es noch etwas besser. Ganz dünne Schicht. Hat keinen großen Sinn. Lassen wir das der Natur als Schönheit hier. Vielleicht an einer anderen Stelle nochmal probieren. Wo das größer ist. Beziehungsweise dicker. Hier ist nochmal genau so eine Schicht. Wie wenn es jetzt so ein Kristallrasen. Über den ganzen Fels verteilt. Geht hier rein. Auch hier sieht man wie dünn das ganze ist. Ja. An dieser einen Stelle. Auch dünn. Bricht man es auf. Hat man einfach nur Scherben. Und selbst wenn man sich jetzt mal die Gegenseite vornimmt. Haben wir so einen großen Granitglotzitten dran. Und bei genauem Hinschauen sieht man auch hier. Komplett gerissen. Das heißt es wird auch kaum möglich sein. Den beispielsweise hier hinten runter zu ziehen. Wird trotzdem zerbrechen. Ja so ist das eben in der Natur. Ich habe das zur Veranschaulichung trotzdem probiert. Den Scheiben etwas aufzubrechen. Genau das ist das Ergebnis. Wie ich schon erahne. Das reißt alles wohin es will. Ja. Da bekommt man kein schönes Stück raus. Diesen Gang hier können einige vielleicht auch schon. Aus einem anderen Video. Aber hier habe ich heute ein deutlich besseres Licht. Deswegen mag das hier nochmal auf. Das ganze. Da sieht man einige Stücke hängen noch dran. Gehen wir hoch. Hier geht es noch weiter mit dem ganzen. Aber da kommt man ziemlich schlecht dran. Vor allem nicht hier hinter. Wo noch einiges drin liegt. Ich gehe mal mit dem Handy so weit rein wie es irgendwie möglich ist. Ja. Lösche das ganze mal etwas aus. Und bin gerade irgendwie mit dem Handy echt zufrieden. Hier oben ein bisschen wird es ein bisschen breiter. Ja. Mal schauen ob ich wenigstens ein paar Stücke runter bekomme. Von der Seite hier oben. Aber außer sich die Finger bunt zu schlagen, zu kratzen, erreicht mir denke ich gar nichts. Ich habe jetzt nochmal einen gebrocken inspiziert. Macht keinen großen Sinn hier weiter zu treiben. Dort oben war wie gesagt der Gang in dieser kleinen Ritze. Gehen wir weiter hier. Ich habe bestimmt noch etwas interessantes gefunden. Aber auch nichts zu mitnehmen. Das ist aus dem gleichen Gang. Wenn da weiter gelaufen wäre. Aber es sind eben schon viele große Garnettstocken weggeflogen. Weil alles was da dran hing, leidet wahrscheinlich schon unten irgendwo. Bis jetzt war der Daumen abgetragen. Hier sieht man jedenfalls richtig schön das Eisen auf dem Quarz. Alles schön dunkelrot, braun bis schwarz. Typisch für Hämatit. Auch an dieser Stelle hängt noch ein Stück dran von dem Gang. Aber sonst kann ich ja nichts weiter finden davon. Auf der Seite gegenüber habe ich noch eine weitere Felsspalte gefunden mit Quarz. Wer das Handy jetzt mal nach hoch kann stellen. So kommen wir nämlich weit tiefer rein. Dann sieht man hier das nochmal ganz gut hier. Auch wieder mit so einer, mit so einem Art Kristallrosen hier dran. Eigentlich sehr schön. Aber leider nicht zu gewinnen das Ganze. Ich dachte ja erst, heute fällt die Suche sehr bescheiden aus. Aber ein Blick umgedreht. Ja. Dort haben wir es gefunden. Ausgerechnet auf den Bauschutthaufen. Warum nicht? Bei den schönen Reinigen. Und diesen Haufen auf jeden Fall noch etwas gründlicher Untersuchung. Heute ist da noch mehr zu holen hier. Ja. Nicht so wirklich. Von oben muss es ja ja kommen. Größerer Quarzburgen. Kann ja nicht noch so ein Stück rumliegen. Das wäre doch was. Hier ist noch ein Quarzbrocken. Na ja. Jetzt haben wir eine kleine Druse drin, aber die ist zu klein. Hier ist auch noch einer. In diesem Kost beiseite. Leider auch keine Kristaller. Auch nichts. Nein, das war auch nichts. Hier hat es noch etwas kleines gefunden. Aber etwas wirklich sehr kleines. Auf dem Haufen glitzert es noch etwas. Aber ich könnte es schöner sehen. Das ist noch ein Kiesel. Nein, ich glaube, das war es hier vorläufig gewesen. Dann gehe ich mal weiter. Ich bin heute wieder mal ein paar Fundpunkte abgelaufen. Ein paar alte. Kommen wir gleich zur Auswertung. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Mir hat es gereicht. Hätte ich teilweise gar nicht erwartet. War ja auch nur so ganz spontan. Jetzt geht es auf dem Heimweg zur Auswertung. Und dann geht es einfach weiter zu dem neuen Hotspot. Das erste kleinste wäre das hier. Auf dieser einen Bauschutthalter. So eine Art Rauchquarz. Ein bisschen näher rangeht. Mit kleineren Einschlüssen. In den Quarzen. Wie man sieht. An sich ganz nett. Viele kleine glitzernde Spitzen hier drauf. Ungefähr 2 bis 5 Millimeter. Das ist ganz schön. Das andere Stück. Was mich zuerst angeschaut hat. Auf dem Feldweg. War dieser Domalin hier. Jetzt nichts von besonderem Wert. Allerdings fand ich ganz interessant. Wie die Tomalinkristalle hier in diesen Quarz reingewachsen sind. Wenn man ein bisschen rangeht. Schön durchsetzt hier das Ganze. Auch hier. Ich drehe es mal etwas so rum. Diese typischen Tomalinssonnen. Oder Arigate. Wie die sich in den Quarz reingesetzt haben. Auf der Rückseite ist jetzt nicht so viel. Ist eben auch ziemlich derb. Wie gesagt. Da lag auf dem Feld. Schon ziemlich abgewetzt. Durch Glattmaschinen nehme ich mal an. Hier hat man noch so eine. Kleine Tomalinssonne. Bzw. Aggregate davon. Da sind immer nur kleine Buchstücke von. Die es mal werden sollte vielleicht. Hier drin zum Beispiel auch. Ja. Da wirklich größere. Da mir am besten gefallen hat. Aber der hat dann. Der hat direkt an der Fundstelle lag. Da hat wirklich sehr viele. Ach ich Gott. Ein bisschen sehr schön. Ne. Kistalle hier drin. Auch so nah herangeht. Und drüben hier hinten sind auch noch ein bisschen. Wie gesagt. Man kennt ihr immer ein bisschen. Diese Strahlen. Wie da wächst. Schwarze Tomalin. Ja. Heißt übrigens Schürrl. Für die die es noch nicht wissen. Das. Warum ich überhaupt diese. Ton manchmal diese Richtung mache. Ist. Weil ich immer wieder auf diesen Feldern. Solche Tomalinen gefunden habe. Unter anderem. Dieses riesige Stück. Aus einem früheren Fund. Ja. Ist ungefähr. 30 x 25 cm. Groß die Platte. Hier. Hat. Überall solche Strahlen drin. Ist leider ein bisschen mit. Kleinen Flechten bewachsen gewesen. Ich habe die auch bis jetzt noch nicht weg bekommen. Wer da. Für mich einen Tipp hat. Wie ich die Flechten weg bekomme. Die darauf gewachsen sind. Auf diesem Stück. Ja. Ich sehr dankbar. Ziemlich wirklich groß. Ja. Auch hier. Größere Stückchen. Mit schwarzen Tomalin. Meine Hoffnung ist immer. Dass ich mal. Einen Tomalin finde. Der richtig frei steht. Oder. Zumindest. So einen. Richtig großen Strahl. Wie man sie. Damals bei. Ufers Green gefunden hat. Bis jetzt. Noch kein Erfolg gehabt. Meistens nur solche. Stufigen. Aggregate gefunden. Ne. Sehr gekirnt. Oder. Eben. Abgerieben. Das wäre jedenfalls mal was. So ein großes Stück. Einen farbigen Tomalin werde ich hier wahrscheinlich nicht finden. Wurde auch bis jetzt noch nirgends gefunden. Hier in der Gegend. Ich mache mir da auch keine Hoffnungen. Ja. Aber sonst. Ganz schönes Stückchen. Vielleicht finde ich mal wieder. Ein größeres Aggregat. Ansonsten. Würde ich mich jetzt gerne. Von euch. Verabschieden. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Würde mich wieder. Sehr über Likes. Und. Eine Menge. Abonnements freuen. Schaut bald wieder rein. Das nächste Video ist jetzt schon in Arbeit.